Swisbit entwickelt seine eigenen Produkte und Lösungen in der Schweiz und in Deutschland. Wir produzieren vollständig in Deutschland mit unserer eigenen hochmodernen Mikroelektronikfertigung in Berlin. Damit sind wir in Europa der einzige Hersteller von industrie-tauglichen Speicher- und Security-Lösungen. Speicherlösungen in Industriequalität benötigen eine perfekte Abstimmung von Chip-Design, Firmware und Fertigungstechnologie. Genau das können wir mit unseren europäischen Entwicklungsstandorten und unserer eigenen Fertigung in Berlin sicherstellen. Manufacturing in Germany trägt viel dazu bei, dass unsere Kunden uns als einen vertrauensvollen Partner sehen. Dadurch, dass wir die volle Kontrolle über unseren Produktionsprozess und die vollständige Lieferkette besitzen, können wir die höchste Qualität sicherstellen. Und diese Trusted Supply Chain ist mittlerweile für viele Kunden ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Wir investieren kontinuierlich in unsere Produktion, in unsere Mitarbeiter und in den gesamten Standort in Berlin. Mit unserer neuen hochmodernen Komponentenlinie sind wir in Europa als einziges Unternehmen in der Lage, im hohen Volumen hochintegrierte BGA's wie zum Beispiel EMC's zu fertigen. Das ist in Deutschland einzigartig. Mit Made in Europe und unserem Standort in Berlin konzentrieren wir uns schon länger darauf, die Lieferkette in Europa zu stärken. Deshalb unterstützen wir den von der EU vorgestellten ChipAct und sehen es als wichtiges Zeichen, die Halbleiterbranche in Europa wieder gezielt auszubauen.